willkommen zurück zu transport fieber 2 so bevor wir die linie machen erste signale was wäre dann da da ein signal wir sagen gibt es da den blog ja so dann gibt es da noch einen blog hin dann gibt es wo gibt es noch was da da gibt es eins und da gibt es eins ja so mache ich das dann gibt es block ja so dann fahren wir da weiter dann gibt es da noch mal einen blog bei dem baum hier ja ja dann ist da nichts das heißt vor der kurve noch einmal im blog dann brücke das heißt da noch mal einen blog da ein signal und noch da dann geht es da vorne zur weiche das heißt da noch einmal hätte ich gern eins so dann da da ist bereits eins fahre weiter da ist keins dann mache ich da noch einmal eins hin und ja es passt so da kommt noch einmal eins hin und da genau dann fahren wir da lang die weiche das heißt da noch ein signal hin dann da ein signal da ein signal da ein signal das passt dann fahren wir da weiter gibt es da einen block ok da block ok block dann da eins und da will ich dann irgendwie in das gleis rein das kann ich aber eingleisig auch machen schauen wir mal ob das geht ja kann ich das überhaupt eingleisig machen theoretisch ja komm ich da da rein grümmung zu groß ich komme da nicht rein wartet mal wartet mal jetzt werde ich jetzt ist da hoffentlich keiner mehr drinnen gut das ist gut dass da keiner mehr drinnen ist oder soll ich da noch das passt schon fast schon fast schon so und dann wo will ich hin in das gleis das ist jetzt mal weg genau so und jetzt und jetzt einmal das lang ziehen daran und das jetzt müsste das gehen signal da und da und da und da jetzt schau ich mal jetzt mach ich die linie also wo heißt da irgendwo ein depot für die linie ja habe ich da hinten okay da habe ich eins müsste also gehen dass sie da rauf fahren können dann werde ich jetzt mal die linie einzeichnen und zwar neue linie geht schon wieder neue linie von neue linie von neue linie von da habe ich sogar noch ein freies gleis da hätte ich sogar noch ein freies gehabt ja ja dann fahr mal lieber da rein oder dann wäre es mir lieber wenn das frei ist dass ich da daneben rein fangt aus hier ok ok das heißt dann fahr ich doch in das rein dann da das heißt da und da dann muss ich nur noch mit dem da rein weil das signal ist habe ich gesetzt ok das habe ich gesetzt das heißt da kann hier noch eines hin dann dann neue linie und weg nein so wir haben ein auto safe ok das geht jetzt noch nicht jetzt ist sie weg die linie das passt alles so mit den linien ja das passt das heißt neue linie von altach nord nach wo fahren wir da hin übrigens oder es geht hier schon schön weit dann fahren wir da rein eigentlich hier in die 3 genau in die 3 fahren damit von da 2 mit aber mit anderen linie mit und von dann auf köln da rein und halten da noch einmal und das ganze dann wieder zurück nach jens dahin und zwar da noch einmal jens zwei mal einmal köln und einmal alter das passt so dann brauchen wir jetzt die linie das wäre alter nach köln ok das haben wir jetzt dann die züge die hole ich von da müsste eigentlich gehen von da ja das geht oder gucken wir noch einmal fahrst du da rüber dann machst du da die kurve weiche auf welche linie ist da die die linie ok und die fahrt auch da nach hinten müsste also gehen Fahrzeuge kaufen habe ich elektrisch habe ich noch nichts diesel auch noch nicht das nehme ich 100 oder die 90 kmh reichen dann 90 oder 100 werden das schon besser von der Strecke her aber die 10 kmh auch schon das sind 1000 die kann halt nur ein 500 ja dann nehme ich die nehm ich nehm halt ich ich 6 mal und Passagierwagen kann 60 das heißt ich nehme die dreiachse nehmen wir mal 1 2 3 4 5 6 mit und zu weisen auf einfach nach köln das müsste gehen von alt nach köln kommen fahrt auch schon auf die linie ja das passt das funktioniert auf jeden fall in zukunft dann auch da durch da raus das passt zweiter ist auch schon unterwegs das passt das geht ganz gut wie viele fahren da mit 22 24 ok so ok da sind noch zwei drinnen die anderen fahren schon mal da unten durch auf die linie hier ist das hier ordnung köln da sind 13 drinnen schau mal mal wo war das da tag das waren aber die einzelnen da sind die linien tag ok die macht noch am meisten minus ok macht noch am meisten danke fürs zusehen hoffe ich bis zum nächsten Mal